hallo ich wurde gefragt wo war ich meine steine auf und zwar fand ich es eben halt schöner in so schatullen meine steine rein zu tun hier habe ich eine sehr schöne mit dem triade zeichen da habe ich jetzt momentan einen stein für die liebe drin ein zauber säckchen und eben meine anderen steine und dann habe ich noch mein pendel in diesem schönen stein gefäß dann habe ich noch ein anderes gefäß dem ich meine steine aufhebe und zwar ist es diese schöne schatulle hier da kann man auch sehen das sind runen drauf auf jeder seite da habe ich jetzt momentan nichts drin aber könnte man auch zum beispiel seine tarotkarten aufbewahren etc ja ein beispiel dazu wo man die steine aufbewahren kann